Die perfekte Behandlung der Alterssichtigkeit ist noch nicht erfunden, aber wir können bei iLaser viele ausgezeichnete Optionen anbieten. In vielen Fällen kann eine Laserbehandlung mit Presbymax der geeignete Weg sein, die Lesebrille möglichst obsolet zu machen. In anderen Fällen kann eine Linsenimplantation zum Beispiel mit einer multifokalen Linse die bessere Methode sein. Was die ideale Methode für Sie ist, um Ihre Alterssichtigkeit zu korrigieren, finden wir gemeinsam im Rahmen einer genauen Vorandersuchung heraus. Ich lade Sie ganz herzlich ein, unseren Augenläsern selbst es durchzuführen. In wenigen Minuten können Sie so feststellen, ob Sie eine gute Kandidatin oder ein guter Kandidat für eine Augenläserkorrektur sein könnten.